hallo heute startet die videoserie zu meiner zu meinem neuen projekt und zwar from zero to gold cap es bedeutet kurz erklärt worum geht es in dem projekt auf einen charakter stellt einen goblin einen todesritter level 58 jetzt und das ziel ist mit dem todesritter das gold cap von 999.999 gold zu erreichen wie das ganze funktioniert wird dann auf meiner homepage immer wieder aktualisiert die guides die videos waren alle auf der homepage der link ist in der beschreibung hinzugefügt es wird auch laufend video updates geben wie der stand der reise des goblins momentan ist welche erfolge er schon feiern konnte wie sich die gold und wie sich das gold entwickelt momentan ist es so dass der eben der charakter jetzt im startgebiet ist und werde jetzt dann anfangen mit dem leveln zumindest mal aus dem startgebiet dass er nach orgelma reisen kann in dem sinn würde mich freuen wenn der eine oder andere vielleicht dieses projekt verfolgen würde links sind wie immer in der beschreibung und bis zum nächsten video ciao